Seit einigen Tagen ist hier online die neue Webseite der Oldenburgischen Volkszeitung. Na schon reingeklickt und alles entdeckt? Eine weitere Entdeckung gibt es für alle unsere OV-Digitalabonnenten und dazu gibt es jetzt mehr. Mit der installierten OV-App für Smartphone und Tablets und unserer neuen mobilen optimierten Seite gelangt er jetzt vom Nachrichten-Teaser direkt zur Langversion des OV-Artikels, sobald dieser zur Verfügung steht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017